gut ich hab hier mal die gegenseite so dann könnt ihr doch gerne rüberkommen der roman wartet na ja 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 ist in ordnung ja dann könnt ihr gerne auch ganz neutral und nett mit roman reden da kommen ein paar argumente denn und fakten na ja kommt einfach mal rüber menschenrechner ich hab doch nicht gesagt dass sie bezahlt sind habe ich von ihnen gesprochen die gestern dabei waren dass ein teil bezahlt worden ja aber ich hab ja nicht sie persönlich angesprochen jetzt gehen sie mal rüber jetzt wenn sie ja so schlau sind dann können sie ja in der mitte in der rühe was die spiegeln sie ich hab ja die allgemeinheit gemeint ja 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 jetzt so auf die schien jetzt auch gut ja sie glauben auch alles war okay na dann mach erst mal pause der auftakt also heute das war jetzt wirklich sehr sehr kurzfristig die organisation und so weiter die sache ist aber das ist jetzt auftakt und die nächste termine also es gibt folgedemonstrationen hier am bundestag und zwar am dritten dritten das ist der erste sonntag im monat dann jeweils von 14 bis 16 uhr also merkt euch die nächste zwei monate erste sonntag hier von 14 bis 16 wir können natürlich wirklich ein bisschen besser organisieren und es ist wichtig dass wir einfach alle mit anpacken jeder kann etwas damit wir tun dann damit das hier auch ganz gut ist dass wir mehr werden ja wir werden die leute das amt trübbeln genau